Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Der Audi, Baujahr 1908, Sportantrieb. Das war Ronny. Das war Ronny Noack mit der 294, Lothar Fritsche aus Neuendorf im Sande mit seinem Formel-Rem-Wagen MT-77, Baujahr 1987, Besselsang Nummer 49, 1300er Radar-Motor als Antriebsstelle. Das war Ronny Noack mit der 294, Lothar Fritsche aus Neuendorf. Das war Ronny Noack mit der 294, Lothar Fritsche aus Neuendorf. Das war Ronny Noack mit der 294, Lothar Fritsche aus Neuendorf. Das war Ronny Noack mit der 294, Lothar Fritsche aus Neuendorf. Ein Sieger aus Seipzig mit dem 1600er Motor aus Antriebswelle von Lava, mit diesem wunderschönen MT770 mit Luft und Motor. Statt Nummer 69, das war Harald Menzel. Der Fennecke aus Halbe, der auch einen Formelport 1600 hat. Der Fennecke aus Eterlein, den wunderschönen Mellkuss aus der Planung. Sehr gut. Aber solange wir noch mit anderen Energie sind, ich frage... Nee, ich sage Ihnen so lange wir noch... Ja, ja, aber... ...der erste Fahrzeug, der erste Fahrzeug, der erste Fahrzeug, der erste Fahrzeug. Die Lokalzen, die ο ...durste Fahrzeug, der erste Fahrzeug. Die Lokalzen, die Lokalzen, von der 8,0-1,001,001. Die Lokalzen, die Lokalzen, die Lokalzen, zum Beispiel in Richtung, der Lokalzen, der Lokalzen, gewissen... ...underschönen Untertitel, der Lokalzen, ...underschönen Untertitel und Terr pesos. Das war's für heute. Das war ein Volkmarker, und da haben wir dann die OX-Wachter geschenkt. Musik 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 Wunderschönen Oben in den See aus 1900er Votra, Bauern 71. 30 Jens Hitzl aus Steichen Hekmotor und aus der Richtlinie Pontotrabi 611 Das war's für heute. Die Flügel ist in der Nähe des Flügel. Das ist bei einem Kondier. 17.00 Ballada-Kondi. Z.I.X, wenigstens wieder hier. Heile Lade. Ja, bitte.